Ja, das sind so spezielle Aufgaben, die man erfüllen kann, aber die machen wir jetzt. Okay, Bro. Full Konzentration all. Alles bitte coin. Wo landen wir? Ja, ja, ja. Wir landen... Du hast Spielschirm nicht klein gemacht, ne? Ist egal, ist egal. Guck mal auf welche Contesten. Ähm, ich sehe gerade niemanden. Wir landen nicht auf dem Berg, oder? Weil ich hab hier zwei Kisten. Darf ich da landen? Soll ich da landen? Lande da. Ja, da kommen keine mit. Wir kommen keine mit. Okay, Bro. Nimm die Kisten oben auf dem Berg und komm dann runter. Drei Kisten? Oh mein Gott, drei Kisten. Ja, ja, ja. Rechts gehen welche. Easy, Bro. Guck mal, wir spielen echt. Serious. Einfach. Kills erst im Endgame. Fertig. Easy. Weil ich denke, hier wird's auf Vincent so ankommen. Ich glaub nicht, dass die hier auch... Ich glaub, alles KD auch. Ja, aber nicht so doll. KD wird nicht so entscheidend sein. Okay, gib mir kurz zurück in der Gung. Ich mach kurz Dingens an. Ich bin Unreal mit 12. Ja, das stimmt, genau. Unreal kannst du doch gar nicht sein, Bro. Warum müssen einige so lügen? Ich check auch ein Bro, die wollen sich nicht verlieren. Die denken, die sind krass damit. Wir spielen schon rank grad, ja. Hier ist ne... Die Rotpunkt musst du nehmen. Rotpunkt ist das beste, Bro. Und vielleicht hier sind noch Minis, falls du mitnehmen kannst. Vor mir, siehst du den? Siehst du den? Ja, ich seh ihn, aber ich seh... Warte. Drei, zwei, eins. Ist, ist won, ist won. Nice. Finish. Ohne? Äh, entspannt, Bro, die macht einer Hits. Ja, ey, alles beschreiben, alles gut. Ja, scheiße. Dann sollen wir deine wegschmeißen eigentlich. Ja, ey, du musst hier Taschen rissen. Äh, hier, Bog musst du mit ihm, auf jeden Fall. Geht wie hier? Soll ich nochmal zurückkommen, oder was? Ja, 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 ist wichtig. Müsst dich für das Endgame auf jeden Fall. Ähm, ich werde attackieren, Bro. Yes. Er ist irgendwo vor uns. Ich hab nichts gesehen, ich seh ihn, ich seh ihn. Das sind zwei. Oh, Bro, 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 Bro. Chill, 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 chill. Gehen, gehen rum, gehen rum. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm zu mir, komm zu mir. Ich hab Splashies. Das ist so ein Jump Head. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier können wir Green Life. Oh, muss auch nochmal Green Life. Oh, muss auch nochmal Green Life. Hier hinten. Ähm, ich überlege meine SMG zu droppen. Ah, egal, ich mach Schild weg. Ähm, SMG, ja, ja, SMG nimmt man eigentlich nicht mit. Warte mal, ich hab Schlüssel. Ist das normal, dass sich mein Ding in sich aufbläht? Meinen Schild? Äh, ja, ja, ist normal, wenn wir im Sturm sind. Bro, hast du, äh, hast du Spray mit? Hast du Spray mitgenommen? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Mal, die beiden Links sind... Schlüssel vor uns links. Ja, wir könnten, wir könnten vielleicht mit reingehen. Ja. Weil wir haben echt noch ein bisschen Green Life. Das sollte passen. 65 hab ich. Wir brauchen vielleicht noch ein Schwert da. Das wäre ganz gut. Stimmt. Ja, die fighten direkt vor uns. Warte. Ja, ja, ich komm mal. Die sind, die sind links. Die sind links auf dem Links da. Komm hier, komm hier. Nein, der kommt zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin bei dir. Bro, er kann, er pushed! Das ist links, Leute! Er hat ab, er hat ab. Hit! Hit! Er ist one, er ist cracked, er ist cracked, er ist cracked. Okay, ist egal, ist egal, ist egal. Lass links gucken. Ist tot, ist tot, ich hab ihn. Schack, schack, schack. Links, links, links. Links hinter uns, wo? Hinter uns, genug bei uns. Ist das hier Dingeln? Nein, Bro. Der ist bei uns, Bro, der ist bei uns. Ja, hier. Hast du gut, Hit? Der ist daunt. Sehr gut. Chill in Zone, chill in Zone. Okay. Job, Mad Kid. In Zone rein. Geh ins Haus, geh hier ins Haus. Geh klar, recht. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Geh. Ich bin hier safe. Hat gut, Hit? Chill in Zone. Ich chill break, 90 damage. War der alleine? Der war alleine, Bro. Den lass pushen. Der ist bei uns. Der hat mir gute Hit gegeben. Er ist down, er ist down. Stark, ich muss mich nicht heilen, Bro. Ich muss nicht heilen. Ich geh mich aber hier drinnen heilen, Vorsicht selber. Ich bin lau, ich bin lau. Ja, ich geh ins Haus, alles entspannt. Ich brauch gleich Shit, ne? Ja, ich hab noch zwei Schlüssel, da vorne ist noch eine Dingstruhe. Wir müssen nach vorne, hier zum Tresor rechts. Siehst du den Tresor? Ja, warte, warte. Da können Splashers drinnen sein. Oh, ich hab noch Jagdausrüstung. Ich brauch unbedingt Schild. Ey, die sagen, ich bin leise, obwohl ich voll laut gerade rede. Ey, wer sagt das? Findet ihr das SOS leise, Leute? Warte mal, vielleicht. Egal, mach das nicht jetzt so, scheiß auf. Du hast kein Schild, hast du gesagt, ne? Äh, hier, hier, hier. Doch, da drin ist doch schön. Wo ist das Schild, Bro? So, da, ja, ja, ja. Gib mal ein, gib mal ein. Ja. Warte. Nee, ist voll okay. Das ist voll laut gewesen. Egal, keine Ahnung, wie ich einen droppen kann, hab ich vergessen. Was? Bro, was? Das war aus Versehen. Ich hab nicht mal diese Scheiße hier gesehen, Bro. Komm hier rechts, komm hier rechts, komm hier rechts. Hier ist nochmal Minis, hier ist nochmal Minis. Zwei, komm mal her. Komm, du musst immer zu mir kommen, immer zu mir kommen. Ja, ich komm mal, ich komm mal. Nimm mal die Minis mit, wenn du kannst. Hast du noch, hast du einen Taschenbucker noch? Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Gib mal einen, gib mal einen, gib mal einen. Ich stoppe ihn. Dann nehm ich den Fisch auch mit. Okay, hab's wieder. Sehr geil, sehr geil. Richtig. Äh, hast du, brauchst du SMG-Moon oder so? Hm, nee, nee, das wär alles so gut. Versuch mal hier noch Kisten mitzunehmen, vielleicht haben wir hier noch ein bisschen hier. 50er, vielleicht mal. Da oben ist noch einer. Hier ne ist, äh, du musst hier Taschenbunker. Gegner bauen uns, Bro, Gegner. Die Fußspuren sind hier. Vor uns, 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 vor uns. Geht, geht. 68. Down, 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 down. Bro, nimm die Taschenbunker mit, bitte. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. So, komm, 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 komm. Ja. Was ist das schon gut mit 5 Kills? Hier, Gegner, Bro. Gerade Elf ist am Tower, Elf nicht am Baum. Wo ist der? 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 Der ist irgendwo hinterm Ding, hinterm Haus. Hier irgendwo. Der versteckt sich. Der heal dich kurz. Ja. Ich bin im Bunker damit. Wer frei dir? Bro, ich geh in die Zone, ich geh in die Zone, ich geh in die Zone. Komm, komm, komm. Wie machst du das? Wie fliegst du? Alles gut, geh in die Zone, Bro. Geh in die Zone. Ich komme. Ach, er hat dieses Eisen. Boah, das hab ich noch nie benutzt so, ne? Ja, benutzt du es nicht, wenn du es noch nie benutzt. Das macht keinen Sinn. Okay. Wir müssen irgendwie hochreien. Noch nicht schießen, bitte. Ja, die sind hier. Zwei vor mir. Zwei vor mir. Warte. Ich hab nicht full life, ne? Ich hab wenig hier. Es wär nicht so schlau zu fighten jetzt. Ja, ich muss kurz. Die sind da oben, glaub ich, auf dem Tower. Lass mal hier links, links lang. Bro, wir müssen halt heal finden, oder so. Komm mal hier schnell links lang. Und bei dir? Na, jetzt hab ich die Dings da liegen. Lass mich das. Kiste, kiste. Nimm die Kiste, ich geh oben rein. Schild, wichtig. Hier sind noch Splasher, komm mal her, komm mal her. Splasher und Kiste hier noch. Ganz geil. Oh mein Gott, Dings, komm her, komm her, komm her. Ja. Komm her. Wichtig, wo, wichtig. Green life hast du nicht, ne? Nee. Aber ist gut, die sind gut voll, Bro. Leute, ist das schon gut mit 5 Kills? Hattet ihr auch schon so viele? Oder sagt ihr, Kills machen da keinen Unterschied? Wir ranken. Guck mal hier auf Dach, Bro, weil hinter uns waren noch welche. Ja. Check, kurz, check. Ja, pass auf, dass du nicht check the side first. Gibt's aktuell eine Sniper? Nee, ne? Äh, ja, Bro, wir haben zwar noch zufrieden, alles gut. Irgendwo hier waren noch welche, ich weiß auch nicht wo. Ey, Kiste? Kommst du mir? Ja, Bro, wir brauchen keine Kiste mehr, oder? Äh, doch, HP. Lass mal Zone gehen, lass mal Zone gehen. Wie viele Taschenbunker hast du noch? Zwei. Okay. Komm da vorne in den Busch rein. Sind beide gleich. Du bist auf der anderen Seite vom Fluss. Oh, ich dachte, wer ist dieser blaue Typ? Hinter mir Schüsse. Ich wurde attackiert, Bro, von hinten. Siehst du ihn? Nee, warte, ich sehe ihn nicht. Komm rüber. Hattet, 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 Hattet. Du musst hoch, komm zu mir, Bro. Ja, ich muss mich doch heilen, Bro. Ich muss mich doch heilen. Ja, aber du brennst. Achso, du bist hinter mir. Hattet? Lass ihn abfangen. Der ist selber Schuld. Den holen wir uns. Der schießt. Der E-Minute. Hattet. Ja, der ist... Lost, der. Hattet. 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 Ja, scheiß auf den, scheiß auf den. Komm hier in den Busch, komm hier in den Busch. Ähm... Nee, nee, die gehen nach vorne direkt. Komm mit. Der schießt auf mich. Wir können ihn eigentlich holen, Bro, wenn er alleine ist, ne? Ja, aber ich... Das macht jetzt keinen Sinn, da hinzugehen. Nee, komm hier links, komm hier links, komm hier links. Oh, die liegt schon wieder aus dem Leipen. Gott küsst du vor uns. Hier haben wir gute Vorsicht, Bro. Okay, ich glaube auch so zweiter Platz wäre schon so Jackpot. Lagerfeuer bei mir. Ich mache Lagerfeuer an. Bro, hier, äh... Oh Gott. Dank. Komm hier aufs Haus, komm hier aufs Haus. 20 HP, okay. 8 HP noch. Dann komme ich. Komm ins Haus rein, komm ins Haus rein. Boah, 150 HP da, sehr geil. Boah, das Haus ist okay, Bro. Wir müssen hier eigentlich bleiben. Ja, okay. Ich dachte, we talk. Wir müssen auf Platzierung spielen. Ich glaube, Platzierung ist so wichtig fürs Ranking. Ja, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Okay. Ja, wir gehen auf. Dein Kopf guckt raus. Ich wohne an. Hier ist ein bisschen Banane für dich, damit du früh bist. Ja, scheiße. Okay, ich kann nach vorne Feuer gleich noch mit ihm. Alles ist wichtig, Bro. Auch jeder einzelne HP-Punkt. Trust me. Lieber Full-Light fighten. Perks aktivieren. Bro, guck mal, das ist so... Ich habe ja keine Perks manchmal, weißt du? Das juckt mich ja nicht, ob die Perks... Leichte Fingerwaffen, die leichter Patron sprennen lassen sich schnell nachfallen. Oh, wir sind gut, Bro. Wir sind richtig gut. Wir sind richtig gut. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bro, wir sind hier richtig gut. Wir sind hier richtig gut. Schrotkinty Recycling. Hast du genug AR, Moon? Ja. Ich habe noch 32. Komm her. Danke. SMG habe ich übelst hier, falls du drausst, ne? Ah, die gehen da oben aufs... Da gehen die aufs Castle. Ja. Hast du den Hit? Ja, er hat gute Hitze. Oh mein Gott, der ist so low, Bro. Er hat 50er und 30er. Wieder 30er, scheiße auf den, scheiße auf den. Die haben gute Hitze, die haben gute Hitze. Bro, scheiße auf die, scheiße auf die. Alles gut, alles gut. Ich habe nur Dinge spät abbekommen. Wir müssen hier runter gleich. Wir wollen Haus kaputt machen. Ja, die machen das Haus kaputt. Idioten. 50er nochmal. Richtig. Ey, was ist das für eine Zone, Bro? Ja, das ist die... Die nächste halbe Zone. Halbe Zieschen. Komm mal hier hoch, Bro. Hier hoch, hier hoch. Genau. Wir sind bei dir. Oh, hier ist es top. Wir gucken jetzt so Tonus und dann... ...moven wir gleich in den Bunker. Okay, lass aber nicht weiter in die gleiche Richtung gucken. Sobald man jemanden liest, sofort zur Start gehen. Sobald man jemanden liest, sofort zur Start gehen. Die Mugen mit Schwert, die Mugen wird schwer nach links. Das ist nochmal 30. Deine. Bro, wir gehen nach... Wir gehen hier. Hier, 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 hier. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Oh, wichtig. Bis dem Baum bin kaputt. Die Räume vor uns nachher haben aber auch übel. Wie viele Bunker hast du noch? Hä, das war da? Nein, nein, das ist Back. Das ist eh... Der Dings. Das wird so angezeigt. Wie, was wird angezeigt? Da wird angezeigt, Stab, wenn du da rauf kriegst. Keine Gegner gerade vor mir, gar nix, die werden hinter uns vielleicht kommen, 6 Gegner nur noch, die kommen oben, da, fighten da aber gerade, fighten da gerade, wo sind die, 6, wo, hinter uns, im Baum, im Baum, nein, so wichtig, Jungs, Bro, wir sind gerade im Grunde noch nie, 2 gegen 2, Bro, ich glaubst du noch 2 einzeln, oder? Wäre geil, man, wäre liebe, richtig, Bro, wir haben hier gottposi, die sind vor uns, die sind da, die sind da, die sind da, wir haben gottposi, hier sind die zusammen, die sind oben, oder nicht? Ich weiß nicht, du mal um, bleib, du mal um, bleib, du mal um, okay, wie er mich gesnipet hat, ehrenlose, einer ist hinter dem Baum, äh, hinter dem Haus, die müssen gleich kommen, Bro, die müssen gleich kommen, ja, die haben Schwert, ne, da ist einer, Bro, da, 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 wir müssen gleich sowas von raus, gleich schießen, 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 noch hinterm Stein, alles ist der andere, schießt sich ein kaputt, da geht das, hier geht nicht, links ist der andere, das sind einzelne, okay, das sind einzelne, nicht snipen lassen, nicht snipen lassen, der eine geht auf Highground, der eine geht auf Highground, um, 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 ja, der eine geht in Highground, komm runter, komm runter, komm runter, komm runter, komm, das sind, Dings, Bro, das sind Feine, linke Seite, ich kann noch nicht, ich kann nicht fliegen wie du, ne, ich brauche ein bisschen, ich habe alles kaputt, Deine ist links bei mir gelandet, wo, 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 tschüss, 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 er ist oben, er ist oben, er ist, nee, ach Bro, das macht er nicht, der Laserwaffe, Bro, er gibt mir die Dings. Nein. Ey, schade. GG's. Bro, wie viel Damage. Ey, wir haben auch grad gewonnen. Was habt ihr bekommen? Welchen Rang? Sehen wir jetzt. Schlecht, Bro. Schlecht, Leute. Ich hab Gold 1. Platin 2! Let's go! Wie viele Kills hattest du? Platin 2. Boah, ich bin sogar fast Platin 3, Leute. Hey, Martin, 2, Bro? Hey, Digga, ich hatte alleine 6 Kills. Ihr hattet gerade mal 4. Und ich hab gewonnen. Wie geht das denn? Wir hatten vielleicht direkt von vornherein. Wir können vielleicht Diamant gehen. Ich wünsche euch weiter viel Spaß.